Hallo liebe Leute, wir sind heute mit einem besonderen Besuch hier, Samariterbund Neufeld. Wir sind eingeladen worden und schauen uns jetzt mal die ganzen Räumlichkeiten an, aber nicht nur die Räumlichkeiten, sondern wir machen das auch mit dem Gebäude von außen mit der Drohne. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Karl Lex für Lex Online TV. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020